Die grüne Legende Robert Redford, der nicht unbekannt in The Newsroom ist und vor allem für seine Rolle als Bob Woodward in Die Ungeheuer bekannt ist, sagte, ich kann das nicht ewig machen. Ich mache das, seit ich 21 bin. Wenn man in die 80er kommt, sagt man sich, genug ist genug. Fast 90 Jahre lang war Robert Redfords Leben ein Mosaik aus Verlust und Herzschmerz, verborgen hinter der glänzenden Fassade des Silberschirms. Mehr als sechs Jahrzehnte lang bereicherte Robert Redford die Welt mit unvergleichlicher Unterhaltung, doch hinter dem Vorhang des Ruhms entfaltete sich sein Leben als Tragödie. Dies ist die vollständige Lebensgeschichte von Robert Redford. Lassen Sie uns enthüllen, was sich wirklich hinter den Kulissen abspielt. Frühes Leben Geboren am 18. August 1936 kam Robert als Sohn von Martha und Charles Redford zur Welt und sein einziger Geschwister ist sein väterlicher Halbbruder William. Robert besuchte die Van Nuys High School, wo er Mitschüler von mehreren Stars wie Baseballpitcher Don Dale und Natalie Wood war. Obwohl er es nicht so erscheinen ließ, war Robert ein berüchtigter Schüler, der sich mit einer Jugendgang herumtrieb und seine Inspiration aus Kunst und Sport und nicht aus dem Klassenzimmer schöpfte. Er war auch mit Poncho González befreundet, den er im Los Angeles Tennis Club traf. Anschließend studierte er an der University of Colorado in Boulder, wurde jedoch nach etwa einem Jahr ausgeschlossen. Er war Mitglied der Kappa Sigma Bruderschaft und reiste bald darauf durch Europa, bevor er in Brooklyn am Pratt Institute Malerei studierte und Kurse an der American Academy of Dramatic Arts belegte. Die Rückschläge zu Beginn seines Lebens konnten den willensstarken Schauspieler nicht aufhalten. Er fand immer einen Ausweg aus schwierigen Situationen, aber konnte er auch die Schmerzen überwinden, die ihm später im Leben bevorstanden? Bleiben Sie dran, um herauszufinden, wie alles endet. Robert Redfords Schauspiel- und Filmkarriere Der Beginn von Redfords Karriere war so gewöhnlich wie bei den Stars der 1950er Jahre. Genauer gesagt begann sie in New York, wo er sowohl auf der Bühne als auch auf der Leinwand arbeitete. Sein erstes Broadway-Debüt war eine kleine Rolle in Tall Story von 1959. Kurz darauf erhielt er eine größere Broadway-Rolle in Barefoot in the Park von 1963, wo er den frisch verheirateten Ehemann von Elizabeth Ashley spielte. Weitere Broadway-Stücke, in denen er mitwirkte, sind The Highest Tree und Sunday in New York. Nach seiner Rolle in Barefoot in the Park trat er bald als Gaststar in verschiedenen Fernsehprogrammen wie Naked City, The Untouchables und Route 66 auf. Nachdem er sich von Broadway abwandte, begann er größere Rollen auf der Leinwand zu übernehmen. Er spielte in Rescue 8, Breaking Point und anderen Filmen. 1965 verkörperte er einen bisexuellen Filmstar in Inside Daisy Clover, eine Rolle, für die er 1966 einen Golden Globe erhielt. 1966 spielte er als Natalie Woods Liebhaber in This Property is Condemned. In all diesen Filmen und anderen aus dieser Zeit könnte man bemerken, dass Redford meist ein blondes, männliches Klischee darstellte. Dies war ihm auch bewusst und es machte ihn nicht unbesorgt. Daher war es eine auffällige Veränderung in den Rollen, die er ablehnte und annahm. Er lehnte Rollen in Wer hat Angst vor Virginia Woolf und Attal, der Bachelor, ab, nahm jedoch eine Rolle in Butch Cassidy and the Sundance Kid an, wo er ein intelligenter, sarkastischer, guter Kerl spielte. Dann kamen die 1970er Jahre und Robert erlebte eine Reihe von Kassenschlagern. Jeremiah Johnson und The Sting waren nur einige der Filme, die seinen Platz als Hollywood-Ikone und vielseitigen Schauspieler festigten. In den 1980er Jahren begann er Filme zu inszenieren und sein Regie-Debüt war Ordinary People, das ihm zahlreiche Auszeichnungen, darunter den Best Director Award, einbrachte. Zwischen 1999 und 2012 trat er in verschiedenen Filmen auf, darunter The Last Castle, Spy Game, The Clearing und viele andere Erfolge. Er überraschte seine Fans und das Publikum, indem er eine völlig andere Rolle als gewohnt spielte, die eines Bösewichts in Captain America, The Winter Soldier. Und er meisterte diese Rolle beeindruckend. Nach all seinem Erfolg auf der Leinwand kündigte er leider seinen Rückzug vom Schauspielern an, doch er ließ offen, dass er möglicherweise in Zukunft weiterhin schauspielern könnte. Wie man vielleicht bemerkt hat, spielte Robert Redford in vielen seiner Filme die Rolle des Liebhabers, oder Loverboy. Dies ist nicht allzu weit von dem entfernt, wie er im echten Leben war. Robert verliebte sich tatsächlich und heiratete die Mutter seiner Kinder. Nach einer Romanze mit Lola van Wagener, die am 9. August 1958 in Las Vegas »Ja« zu ihm sagte, wurde eine zweite Feier am 12. September 1958 im Haus von Lolas Großmutter abgehalten. Gemeinsam hatten sie vier Kinder. Scott Anthony Redford, Shauna Jean Redford, David James Redford und Amy Hart Redford. Leider hielt die Beziehung zu Lola nicht für immer und sie ließen sich 1982 scheiden. Diese Scheidung wurde nicht öffentlich gemacht, aber die Unterhaltungskolumnistin Shirley Eater berichtete, dass sie sich bereits seit Jahren getrennt hatten, wobei die Scheidung vermutlich 1985 vollzogen wurde. Am 11. Juli 2009 heiratete Robert seine langjährige Freundin Sibyl Zagers in Deutschland. Überraschenderweise hatten sie Berichten zufolge seit 1991 im selben Haus zusammengelebt. Robert Redfords Kindheitserkrankung Robert Redford hatte als Kind Polio. Nun, da sie einen umfassenden Einblick in Roberts Hintergrund und seine Errungenschaften seit dem Ruhm der 1950er Jahre haben, können wir uns den tragischen Aspekten seines Lebens zuwenden, die er in fast 90 Jahren auf Erden erlebte. Wie bereits erwähnt, ist Robert Redford ein eher privater Mensch und über ihn ist nicht viel bekannt. Umso überraschender war es, als er 2011 beschloss, mit dem Autor Michael Fanny Callen eine Biografie über sein ereignisreiches Leben zu verfassen. Darin teilte er verschiedene interessante Ereignisse seines Lebens mit, darunter seine Kindheitserkrankung Polio. Polio ist eine verheerende Krankheit, die zu Lähmungen, schweren Atemproblemen und oft zum Tod führt. Vor der Erfindung des Polio-Impfstoffs waren viele Menschen, die stark betroffen waren, gezwungen, den Rest ihres Lebens in einem Eisenlungengerät zu verbringen. Der Impfstoff wurde in den 1940er Jahren entwickelt. Redford erkrankte jedoch in den 1930er und 1940er Jahren an Polio und hätte möglicherweise in Gefahr sein können, an eine Eisenlunge gebunden zu werden. Redford erklärte jedoch, dass er nur eine leichte Form von Polio hatte und kein Eisenlungenfall war. Trotzdem musste er zwei Wochen im Bett bleiben. Er hatte sich nach dem Schwimmen im Ozean mit Polio angesteckt und bemerkte die Krankheit, als er eines Morgens nicht in der Lage war, seine Augen zu öffnen und sich zu bewegen. Er war nicht gelähmt, aber das Bewegen seines Körpers erwies sich als schwierig. Er sagte auch, dass die Mitte der 1940er Jahre eine der beängstigendsten Zeiten war, um an Polio zu erkranken, was ihn in diesen zwei Wochen, in denen er ans Bett gefesselt war, sicherlich sehr verängstigt haben muss. 2014 ehrte Robert in einem Kurzfilm Cathedrals of Culture den Erfinder des Polio-Impfstoffs Jonas Salk. Der Film war ein 3D-Dokumentarfilm über das Salk Institute for Biological Studies in San Diego und wurde von dem Oscar-Preisträger Wim Wenders inszeniert. Eine beinahe tödliche Herausforderung. Erinnern Sie sich an die Beschreibung von Robert Redford als berüchtigten Teenager? Ja, wir haben das nicht erfunden. Nicht viele Menschen würden den angesehenen Hollywood-Ikonen als Rebell vorstellen, aber das war er tatsächlich. Er verbrachte die meiste Zeit seiner Jugend mit einer Gang, verursachte Probleme und war eine Herausforderung. Da er in der Nachkriegszeit in Amerika aufwuchs, die durch erhöhten Rassismus geprägt war, geriet er in viele rassistisch motivierte Gangkriege. Er erklärte auch, wie er wegen seines guten Schulbesuchs und seiner Leistung im Sport gemobbt wurde. Schließlich forderte ihn ein Gangmitglied und einer seiner Mobber heraus, von einem hohen Gebäude zu springen, um zu beweisen, dass er kein Schwächling sei. Der willensstarke junge Mann war entschlossen, seine Männlichkeit zu beweisen, besonders gegenüber seinem Mobber. Also nahm er die Herausforderung an. Zum Glück kostete ihn das nicht das Leben. Er brach nur ein paar Knochen und bewies ihnen, dass er tapfer war, auch wenn er sein Leben riskiert hatte. Ein weiterer tragischer Moment in Roberts Leben war der Verlust seines Sohnes. Sein Sohn, James Redford, geboren 1962, verstarb am 16. Oktober 2020. James litt unter verschiedenen gesundheitlichen Problemen, einschließlich Krebs. Robert beschrieb, wie sehr er gelitten hat und wie schmerzhaft es war, seinen Sohn zu verlieren, und es wurde klar, dass James ein kämpferischer und inspirierender Mensch war, der die Welt auf seine Weise beeinflusste. Robert konnte seine Trauer darüber, wie schmerzhaft dieser Verlust für ihn war, nie verbergen. Und es ist verständlich, dass dies ein schwerer Moment in seinem Leben war. Robert Redford erlitt auch einen weiteren großen Verlust, den Verlust seiner Tochter. Seine Tochter Amy Redford, die in der Filmbranche tätig war, erlag am 12. Dezember 2020 im Alter von 60 Jahren einem Herzinfarkt. Amy hatte ein aufregendes und erfülltes Leben in der Filmindustrie und Robert sagte, dass der Verlust seiner Tochter sein Herz zerbrochen habe. Die gesamte Familie war tief betroffen von diesem Verlust und es gibt keine Worte, um die Traurigkeit und den Schmerz zu beschreiben, den Robert Redford und seine Familie durchleben mussten. Robert Redford ist also ein sehr erfolgreicher und geschätzter Mensch, aber seine Geschichte ist auch eine der Leiden und Tragödien, die ihn über die Jahre hinweg geprägt haben. Trotz all der Schwierigkeiten hat Robert sein Leben bemerkenswert gemeistert und seine Karriere ist ein faszinierendes Beispiel für Ausdauer und Erfolg. Robert Redfords Interesse am Baseball wurde durch den Beginn seiner Studienzeit vorübergehend auf Eis gelegt und er musste sich mehr auf das Studium der Kunst konzentrieren. Es war nicht einfach, für Robert Redford Freundschaften zu schließen, da er sich selbst in eine selbst auferlegte Isolation zurückgezogen hatte. Dies änderte sich jedoch, als er der Kappa Sigma Bruderschaft beitrat und Freundschaft mit einem älteren Mitglied schloss, der ihm half, geselliger zu werden und seine Kunst zu verbessern. Diese neue Freundschaft hatte jedoch nicht nur positive Seiten. Alte Gewohnheiten sterben schwer und es fiel Robert besonders schwer, sich von den alten Verhaltensweisen zu lösen, besonders da der ältere Freund nicht viel anders war als seine früheren Freunde aus seiner Gang. Nach einem Vorfall mit der Polizei in seiner Jugend entschloss sich Robert, seinen kriminellen Lebenswandel aufzugeben. Doch mit der Unterstützung seiner neuen Freunde fiel er schnell wieder in alte Muster zurück. Regelmäßiger und verantwortungsloser Alkoholkonsum, Streichespielen und Straßenrennen anstelle von Studium. Schließlich verlor er aufgrund dieses Verhaltens sein Stipendium und musste nach anderthalb Jahren die University of Colorado verlassen. Dies hätte eine Katastrophe sein können, doch Robert machte aus den Zitronen, die das Leben ihm gab, ein feines Lemonade. Er reiste durch Europa, verbrachte Zeit damit, Malen in Florenz und später in Paris zu lernen und studierte schließlich an der American Academy of Dramatic Arts in New York. Nachdem er aus der Universität geworfen worden war, lernte er über einen langen Zeitraum Mailen und bis er mit dem Schauspielern in New York begann, schien alles gut für ihn zu laufen, ohne dass etwas Tragisches geschah. Ende der 1950er Jahre war er verheiratet, hatte mit Lola von Wagenen das Eheversprechen abgelegt und feierte sein Broadway-Debüt in Tall Story. Zudem begrüßte er gerade seinen ersten Sohn, Scott, in seinem Leben. Kurz gesagt, alles schien für den Star großartig zu laufen. Doch nur wenige Monate nach Scotts Geburt starb er an dem plötzlichen Säuglingstod, auch bekannt als Assets. Wie bei jedem Kind mit Sitz war die Todesursache von Scott unbekannt, obwohl viele Faktoren dazu beigetragen haben könnten. Robert machte sich selbst Vorwürfe, da er sein Kind nicht früher überprüft hatte. Als privater Mensch ging er mit diesem Schuld- und Trauergefühl alleine um und es dauerte mehr als 50 Jahre, bis er öffentlich über den Schmerz sprach, den er wegen des Verlustes seines Babys empfand. In einem Interview von 2011 erzählte Robert von dem besonderen Schmerz, den er und seine Frau durchlebten, da sie sehr jung waren und er keinen gut bezahlten Job hatte. Wir wussten nichts über den plötzlichen Säuglingstod, also gibt man sich als Eltern die Schuld. Es hinterlässt eine Narbe, die nie ganz heilt, sagte er. Dies war besonders hart für Robert, da er zusätzlich zu diesem Verlust auch seine Zwillingsschwestern vor über einem Jahrzehnt verloren hatte. Der Verlust seines ersten Sohnes führte zu einem weiteren Schock, als er beinahe seinen zweiten Sohn verlor. Stellen Sie sich den unbeschreiblichen Schmerz und die Angst vor, die er gespürt hätte, wenn er ein weiteres Kind in so kurzer Zeit verloren hätte. Er stand kurz davor und das nur drei Jahre nach dem Tod des ersten Kindes. Nach dem Tod von Scott Radford baute Robert zusammen mit seiner Frau eine große Familie auf und hatte drei weitere Kinder. James, Shauna und Amy Radford. James Radford, wie sein Bruder, kämpfte ebenfalls mit verschiedenen gesundheitlichen Problemen sowohl als Kind als auch im Laufe seines Lebens. Schon bei seiner Geburt wurde bei James auch Jamie genannt, eine schwere Form der Hallein-Membran-Erkrankung diagnostiziert, eine Atemwegserkrankung bei Säuglingen mit nur 40% Überlebenschance. glücklicherweise überlebte der kleine Jamie und seine Eltern mussten nicht noch ein Kind betrauern. Dennoch litt er weiterhin unter medizinischen Problemen, einschließlich chronischer Verdauungsstörungen, die zu Colitis und Blutflussproblemen führten. Die Colitis führte zu Leberproblemen und 1993, im Alter von 31 Jahren, erhielt er eine Lebertransplantation. Diese neue Leber konnte seine Gesundheitsprobleme jedoch nicht lösen und er musste eine weitere Transplantation durchlaufen. Noch schlimmer als die Aussicht, ein weiteres Kind zu verlieren, war die Möglichkeit, seine Partnerin zu verlieren, da Lola zur gleichen Zeit ebenfalls in Lebensgefahr schwebte. Zusätzlich wurde Robert Redfords Tochter Shauna 1983 Opfer einer Tragödie. Shauna, die nach dem Studium an der University of Colorado als Künstlerin tätig war, machte Schlagzeilen aus einem traurigen Grund. Sie wurde mit einer tragischen Geschichte in Verbindung gebracht, als ihr Freund, ein Journalist, in seiner Wohnung an der University of Colorado mysterisch erschossen wurde. Der Mordfall ist bis heute teilweise ungelöst. Der Mitbewohner des Opfers, SMA, der am Tag des Mordes an Sid Wells, Shaunas verstorbenem Freund, seine Miete zahlen sollte, wurde als Hauptverdächtiger angesehen. Obwohl er verhaftet wurde, reichte die Beweislage nicht aus, um Anklage gegen ihn zu erheben, weshalb er freigelassen wurde. Viele glauben immer noch, dass SMA mit dem Tod von Sid Wells in Verbindung steht, besonders da er seit 1986 nicht mehr gesehen wurde und sein Auto in Beverly Hills aufgefunden wurde, was zu der Vermutung führte, dass er möglicherweise aus Amerika geflohen ist. Im Jahr 2020 tauchten neue Beweise auf, die SMA als Hauptverdächtigen identifizierten, doch trotz der Veröffentlichung von Alterserweiterungen der Verdächtigen bleibt er unauffindbar. Bei Sid Wells' Beerdigung überlegte Robert, dem Event wegen der Gefahr von Paparazzi und Presse fernzubleiben, konnte sich jedoch dem tiefen Trauergefühl nicht entziehen und ehrte Sids andenken. Er beschrieb, dass er lange Zeit von dem Tod Wells verfolgt wurde und das ungelöste Verbrechen mit einer halboffenen Tür verglich, hinter der sich ein sehr dunkler Raum verbarg. Robert Redford verlor auch seine enge Freundin Natalie Wood. Als beide die Van Nuys High School besuchten, kannten sie sich nicht, da sie unterschiedliche Wege gingen. Natalie war bereits ein großer Name und ein Kinderstar, nachdem sie in Miracle on 34th Street auftrat und sich eine Oscar-Nominierung sicherte. Robert Redford hingegen war sowohl ein Athlet als auch jemand, der Ärger machte. Sie wurden sehr enge Freunde, nachdem sie in den 1960er Jahren als Liebende in den Filmen Inside Daisy Clover und This Property is Condemned zusammengearbeitet hatten. Robert war der Trauzeuge bei einer ihrer Hochzeiten und verdankte Natalie Wood seinen Golden Globe-Gewinn für die Rolle des Wade Lewis in Inside Daisy Clover, da sie ihn Warner Bros. empfohlen hatte. Ihre Freundschaft war wundervoll, aber leider wurde sie durch Nathalies Tod viel zu früh beendet. Natalie Wood, die Angst vor Wasser hatte, starb 1908 bei einem Bootsunglück rund um Catalina Island, als sie mit ihrem Ehemann Robert Wagner und dem Schauspieler Christopher Walken unterwegs war. Ihr Tod und die Umstände bleiben nach über 40 Jahren immer noch unklar. Natalie Wood starb im Alter von nur 340 Jahren und der Verlust ihrer Freundin hinterließ Robert Redford am Boden zerstört. Auch wenn er bekannt für seine Privatsphäre ist, war er sehr offen über ihre Beziehung. Robert Redford ließ sich nach fast 30 Jahren von seiner Frau scheiden. Oft wird angenommen, dass Prominente keine langfristigen Beziehungen haben. Doch das war bei Robert Redford und Lola van Wagenen nicht der Fall. In den Mitte der 1980er Jahre hatten sie eine der stabilsten Ehen in Hollywood und trotz des Verlusts ihres ersten Kindes blieben sie stark und bekamen drei weitere Kinder Shauna, James und Amy. 2001, 16 Jahre nachdem sie getrennte Wege gingen, sprach Robert schließlich über ihre Beziehung und die Trennung. Sie hatten sich einvernehmlich getrennt und hielten es für richtig, getrennte Wege zu gehen. Trotz ihrer Trennung blieben sie gute Freunde und hatten eine reife und bewundernswerte Trennung. Es ist kein Wunder, dass ihre Kinder trotz der Scheidung großartig aufwuchsen. Robert heiratete Lola noch bevor er berühmt wurde und angesichts des holprigen Anfangs war es bemerkenswert, dass ihre Ehe so lange hielt. Einer der Gründe für die Ehe war, seiner Familie zu beweisen, dass er in der Lage war, eine Frau wie Lola zu heiraten, da sie geglaubt hatten, dass er nichts erreichen würde. Robert wollte die Ehe unbedingt zum Laufen bringen und nicht zu den gescheiterten Promi-Ehen gehören. Doch trotz seiner Bemühungen hielt die Beziehung nicht ewig. Nach der Scheidung von Lola begann Robert eine Beziehung mit einer deutschen Künstlerin und sie zogen zusammen. Es dauerte jedoch bis 2009, bis sie heirateten. Die traurige Lebensgeschichte von Robert Redford endet nicht glücklich. Als Robert Redford gerade begann, das Beste aus seinem Leben zu machen, wurde er von weiterem Schmerz heimgesucht. Ende 2020 verlor er erneut einen Sohn. Der Verlust eines Kindes ist bereits schmerzhaft, aber der Verlust von zwei Kindern ist unbeschreiblich. Dies zeigte sich besonders als sein Sohn James Redford, der im Alter von 58 Jahren an Leberkrebs starb, im Jahr 2020 im Sterben lag. Dies kam nur fünf Jahre nach dem Tod seiner Frau, die sich an einer weiteren Krankheit aufgehalten hatte. Während Robert Redford sein Leben unter Beweis gestellt hat, als er durch seine Erlebnisse im Leben der amerikanischen Öffentlichkeit bekannt wurde, wird er immer mit Trauer über die Verluste seiner Kinder, seines ersten Sohnes und seiner Tochter verbunden sein. vertreten. Erlebnisse